So, war doch eine kleine längere Aufnahmepause jetzt zur letzten Folge hin. So, eine Woche ungefähr. Ja, wir machen heute den Kreuzer fertig. Der, ich wollte gerade sagen, fleißig schon geschweißt wird, aber wird er nicht. Und ja, mit dabei der Zocker, der gerade afkar ist. Und Killer. Ja, bin tot. Ja, wie immer. Nee, eigentlich bin ich das ja. Und der Bane. Mahlzeit. Der heute unser Schweißer ist. Schweiß muss werden. Ja, und wir, während da hinten fleißig geschweißt wird, kümmern wir uns mal um die Bewaffnung. Und ja, modellieren das ein bisschen um, weil das hier ist ja noch die Standardausführung. Und wir möchten da ein bisschen mehr Power drauf haben. Genau, das machen wir jetzt. Hoffe ich doch mal. Das Blöde ist natürlich jetzt, dass der, dass das angezeigt wird, ne? Äh, vom Blueprint. Ja, das macht ja nichts. Kannst ja trotzdem mal was anderes drüber setzen. Ja. Und Musik sollte ich mal anmachen hier im Spiel. Die wundervolle. Audio. Wundervolle Ingame-Musik. Ja, so schlecht ist sie ja nicht. Muss ich ehrlich sagen. Kann man schon machen. Ab und zu. Ja, hier und da mal. Mhm. Ja, Inventory full. Ja, super. So. Schauen wir mal. Ich bin nicht gestorben, obwohl ich mit zwei MS-MG geflogen bin. Oh, 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 oh. Nee, jo. Ah, das ist so. Bist du ja doch. Lebst du wieder? Ich hab schon die ganze Zeit gelegt. Weil du nichts gesagt hast. Aber jetzt gedacht, du bist lost. Ja, Inventory full, bla bla bla. Schwere Panzerung. Der ist schon wieder alles durchgebraten. Ja, so muss das ja auch sein, oder? Okay, da haben wir es. Sehr gut. Äh. Nein. Wir brauchen den... Das Förderbank, das normale. Äh, help. Ich weiß nicht. Oh. Was ist jetzt? Ja, das weiß ich auch nicht. Und irgendwo, ich sehe... Erde, Mars und Alienplaneten. Und Titan ganz weit weg. Hm. Ich weiß nicht. Ich kann mich auch nicht umdrehen. Tja. Da hilft nur, äh, die... Die Rücktaste, ne? Kann ich nicht. Wie kannst du, ey? Ich hab gar nicht auf den Schlag. Oder... Oh, doch. Doch, doch. Ich hab auch auf den Schlag. Dein Charakter ist nicht da. Ja. Das ist blöd. Du hast gewinnt, gleich ein Bug wie ich letztens. Ja. Kannst du ein bisschen eine Spectator-Camp? Ah. Das ist natürlich scheiße. Sicher? Nein, ich drück auf Access. Da passiert gar nichts. Ne. Drücken wir halt den Mausrad. Kann sich bewegen. Ja. Ja. Ja, das ist bei Titan-Camp. Ja, aber ich kann nicht raus, ist das bei Titan-Camp. Ja, ich weiß das halt, ich auch. Geil. Hat erst wieder gejabt, nachdem das, äh, gestartet wurde. Na toll. Mhm. Und kein rejoin, kein nix. Also bei mir ist letztes Mal nicht geholfen. Mhm. Keine Ahnung. Weiß gar nicht warum, ich bin runtergefallen. Wollte selbst noch übergehen, dass das nichts passiert. Ja, das, das kenne ich. Dann war ich kurz weg und dann komme ich wieder und dann war ich irgendwo. Oh. Da rödelt es aber ordentlich, ähm. Container. Äh, soll ich für die Schiffe unten schon mal eine Tankstelle bauen? Unten? Ja, auf Titan. Ich weiß ja nicht, ob das so cool ist. Ich hoffe, wir sollten da eigentlich auch noch Probleme fliegen können. Weil, äh, Tankstelle, äh, scheiße, ja. Wir haben heute Abend noch ein bisschen was zu tun, was wir bauen müssen. Stahlrohre 3. Wichtiger wäre, glaube ich, erst mal, wenn wir die Station da unten ein bisschen bauen. Mit dem wichtigsten Zeug. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Naja, weil da, äh, fehlt uns ja ein bisschen was. Das könnte es in den Angriff nehmen. Ja, das ist, ist ja wohl, ja, das muss ja nichts krasses sein. Stationchen halt. So. Okay, ja, gut, Stahlplatten, das kriegen wir gleich noch hin. Und da holen wir die Ecken rein. Da ist, ja. Schauen wir mal, wie das aussieht. Wahrscheinlich, na, nix. Dann nehmen wir einen normalen Block. Wie geht's hinten voran? Es geht. Es ist produktiv. Sehr gut. Hm. Ja, da müssen wir oben auch noch was Nettes draufsetzen. Ja, das wird ja. Warte mal, äh, kannst du mal kurz ausmachen? Kann mal reinschauen, ob... Mach mal. Ja, passt. Der Ball scheint es ja noch alles zu haben. Hm, bis jetzt schon, was ich so gesehen habe. Ja, schaut noch ganz gut aus. Warte mal, ich schaue mal rein wegen... Oh, Metallgerüste hast du keine mehr. Keine mehr? Nö, und Stahlplatten auch nicht. Gar nichts mehr? Nö, ist alles weg. Dann hatte das eben alles... Äh, Stahlplatten sehe ich hier 173. Ah, da, warte, da sehe ich es, ja. Aber Metallgerüste fehlen dir. Ja, dann muss ich jetzt einen Frachter andocken. Am besten schiebst du den Rest auch noch nach für... Weiß ich nicht. Die wichtigsten Sachen halt. Gucken wir mal, was noch drin ist im Frachter. So. Eis, 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 Eis. Ja, das Eis ist heiß. Ja, warum wir da jetzt so viel Eis drin haben, weiß ich auch nicht. Weil ich das von unten mitgenommen habe. Ja. Wir werden es brauchen. Ich glaube, das wird aber dann hier am 10. dauern, bis der Schiff voll ist. Na, das hier geht noch. Aber dann nachher die Großen... Die... Ja, gut, aber die Großen, die werden nachher, äh... Da müssen wir uns was einfallen lassen. Ich glaube, dann wäre das doch besser. Ja, jetzt warte erst mal. Die Station unten ist viel wichtiger, als... Jetzt... Das nächste Projekt anzufangen. Hm. Jetzt haben wir noch Probleme. Ich weiß nicht, wo ich mir den ganzen Eis hin soll. Ja. Verstehe ich. So, die hier brauchen wir auch nicht. Die waren ja ursprünglich mal für... ...was anderes gedacht. Aber hier ist anscheinend... Ach ja, die waren ja nur zum... Das ist scheiße jetzt. Okay, da wären Anschlüsse. Das ist gut. Dann können wir das weg... Wegflexen. So. Picken wir das mal ab. So. Okay. Ist das hier dasselbe? Oh, nee. Ehrlich jetzt? Inventory full. Energie low. Boah, die nörgelt nur rum. Inventory full. Energy low. Warte, wer hat der Frachter unten auch einen Anschluss? Der Frachter? Keine Ahnung. Wo der überall Anschlüsse hat. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, unten hat der keinen. Ich glaube, der hat nur links und rechts jeweils was. Äh. Genau, man wollte da unten noch einen ranbauen. Da bin ich mich nicht richtig... Ja, das wäre auch ne Idee. Okay. So. Äh. Förder. Band. Man dürfe den halt nicht so überladen. Ja. Weil das war ja schon ein bisschen... Ja, es hat funktioniert. Sie benötigen interne. Ja, okay. Benötige ich halt interne. Die haben wir ja eh gleich. So. Puch. Da hätten wir schon... Achso, das... Jetzt bin ich bei der gerutscht. Ich habe... Ich habe die Krise hier. So. Das kommt auch noch weg. Achso. Jetzt habe ich keine interne mitgenommen. Super. Wenn man das nicht mitnimmt, was man eigentlich braucht, ne? Das ist klasse. Mit dem werde ich nicht weit kommen. So. Das ist gekonnt. Eins. Nicht zwei. Baa. Ich kann heute nicht mal Blöcke platzieren. Hm. Funktioniert, ne. So. Hier haben wir die jetzt schon... Da... Weiß ich nicht. Glaub ich nicht. Ist nämlich Panzerung, genau. Ja, Inventor. Ich weiß. Es ist ein elendiges Thema. Dabei haben wir schon so groß Inventar. Hm. Jo. Der kann einfach nichts schleppen, der Typ. Das ist... Traurig. Naja, 100 muss ich schon mitnehmen. So, dann könnte ich gleich die Herstellungs... Dinger auch mitnehmen. So. So. Oh, jaj, jaj. So. Naja, ich benötige Stahlrohr. Klein ist mir auch wurscht. So. Das dürfte ja dann die Kampfkraft nochmal ordentlich steigern, glaube ich. Was du da jetzt machst, bestimmt. Weil da, ah, sehe ich gerade, habe ich auch Anschlüsse gemacht. Das ist sehr gut. Boah, Gesundheit. Achso. Na, ich habe es unterdrückt. Aua. Hätte man glatt meinen können. So. Ähm. Die brauchen wir. Und Stahlrohr. Klein. Oh ne. Schreiben müsste man halt auch können, ne? So. Ja, wir haben hier oben fast nichts mehr an Ressourcen drin. Deswegen geht nichts weiter. Hm, das ist schlecht. Ja, das ist... Ja. Ist schlecht. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn wir das ganze Eis hier oben haben. Ja. Das ist alles im Frachter jetzt drin. Scheiße. Das ist alles im Frachter. Ja, genau. Dann bauen wir da jetzt schnell mal die Geschütze rauf und dann hoch da liegt ja jetzt noch das ganze klump rum ich sehe gar nichts da liegt immer noch was hoch sieht's los voll rausgeglitschter